Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir den weißen Nebel erkundet und uns um politische Eigenlegenheiten gekümmert. Erfolgreich, äh, und gar. Und heute wollten wir uns die Nebenhandlung von Lance reinziehen. Die findet hier in der City statt. Und dafür müssen wir ein paar Meter laufen. Also, dann laufen wir mal die paar Meter. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein! 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 ECHO SIX ISN'T TOO? SIX OF WHAT NOW? Die Euroboros-Kandidaten. All diese Training und Six get in. Oh, ja. Monika hat gesagt so etwas zu uns. Ich fühle mich ein bisschen verletzt. Wie so? Ich weiß, dass es hier eine Ordnung ist. Es macht sie das gleiche, gleich wie wir. Die Leute sind nicht gleich zu all das. Es ist das Leben. Klar, ich glaube, aber... Ich fühle mich an. Sie wollen einen Bisschen? Ich bin in favorit. Wie geht es in der Shopping-Area? Ich habe den Tastiesten-Torpeedo-Stand gefunden. Wie sieht das aus? Torpeedo-Raps, ey? Spark, ja! Lance? Ja, sicherlich. Ich glaube, Lance identifiziert sich irgendwo selber mit denen. Aber es ist trotzdem tatsächlich eigentlich irgendwo eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass nur sechs von denen Oroboros werden können. Und da vielleicht so hunderte von denen trainieren, um das zu werden. Und sie wissen, nur sechs von uns schaffen das. Na gut, dann holen wir uns unsere Torpedo-Rollen. Ein Torpedo-Rap, ey? Das macht mich interessiert. Der Shopping-Area, der sie verkauft, sollte einfach über die Brücke sein. Der Shopping-Area, der sie verkauft, sollte einfach über die Brücke sein. Ok. Es geht weiter. Warum wirst du deinem Zeit? Hast du nicht... Training? Ich bin nicht wunderschön. Das ist mein Job hier. Das nennt man ein Job? Hey, du bist Uroboris, oder? Ich habe gehört. Ich denke, mein Job nicht wirklich mit deinem. Ich werde sagen. Warum sind sie auf deinem Haus? Perfektion. Es ist nicht möglich auf dieser Straße. Perfektion? Diese Sachen. In diesem Ort. Das ist wo du die besten Leute bekommen. Aber trotzdem, sie mögen mich auf mich. Wir sind hier in Krieg. Warum nicht du kämpfst? Du musst nicht kämpfst. Die Stadt ist nur für volunteers. Oh. Es gibt viele Menschen, die bereit sind. Warum ist das? Weil es gibt dir die anderen'e approval. Hm. Ja. Es würde, würde es nicht? Du denkst so. Du nicht? Ja. 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 Ich habe ein neues Trick. Ja. 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 Ju es. Ja. Ja. Also nicht. klingt doch gut dann retten wir mal wieder ein paar leute klingt doch nicht was was all we have to do was bash heads no thinking no nothing what about the dying part you weren't scared sure i was scared but at least i knew what was expected of me wait a sec you want to go back to that obviously not just saying how i feel there's just too much snuff to consider nowadays it's doing my nothing i think you should try it sometime this thinking thing might not be so bad stop making it sound like i don't you just said it yourself no thinking no nothing i was talking about before you spoon sorry who are you calling a spoon oh shut up if you're gonna act like a spoon course i'm gonna call you one uh it takes one to know one what let's just chill out here you guys okay then why don't you tell me where we are now what's this region come on spill uh it's uh see you can't tell your ass from your elbow doesn't that make you the spoon just because i slept through that class if i've been awake for it he's right then things were easier then stay awake you spoon yeah we had everything handed to us back then that's not quite true in your case though is it what you had thoughts and deep ones of that i can tell when we're playing together but you have as well i hope find an answer absolutely we'll find it i'm sure dass lenz mal so nachdenklich ist hätte ich nicht erwartet nennen sie es ja eher so der ich hau drauf typ the pedestal valley floor is ahead the camp is a stone stroke and the great sword yep here we are 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 he he hey guys hm it's an honour i mean this chance to do an op with you guys what do you mean you are my heroes Uroboros. Ich meine, ich immer wusste, dass ein Grunt wie ich niemals aufzunehmen könnte. Obwohl wir alle immer so haben. Und jetzt bist du hier in der flesh. Das sieht nicht real aus. Was ist so großartig von uns? Huh? Before dieses Ops ist fertig, wir müssen uns die alten Freunde zu töten. Wie geht's das? Kannst du es tun? Stab ein Freund? Lance! Ich... Ich meine, das ist... If you're here with some half-assed notions, go home. I... I... I'm sorry. I just got excited. They talk big, but... When shit hits the fan, they might just double-cross us. You watch. You saying you can't trust us with the job? 100%. You never trained with our unit before. Never ever fought by our side. The way I see it, You're just some arse-wipes who stole away what was rightfully ours. Oh, yeah? If I let you down, shoot me. In the front or back, I don't care. Gee, thanks. Well, that's awful big of you, pal. I'm sorry. Maybe we shouldn't have come. No, this is good. It's how you build trust. You can only begin once you've gotten everything out in the open. Really? One of my dad's favorite lines. Wasn't it the same for you lot? Yeah, you might be right on the mark. I'm sure they'll settle down when they need to. They've got good role models today. Okay. Lens, this is something decent, right? I think this is fate too, huh? Also, ich glaube, ja, nur ein paar Meter und Sequenz. Oh, das sieht wie eine Kolonie aus. Our intel was right. There's quite a few of them. But it's too quiet. There's barely any signs of life. They're probably all conked out. The fewer sentries, the better for us. Monica, the cradles are in that transport. Yes, it's likely. Let's head down. If we go round from the right, we can approach unseen. Roger that. Yep. Here we are. Spots. If it's all like this, then this will be a cakewalk. Let's try not to get ahead of ourselves. What is this? They're all empty. Monika, there's nothing in here. They're all empty. Son of a... Report! Same over here. We got cradles, but nothing in them. Monika? Did we... Did we just fall for a trap? They've got us surrounded. Canvessi troops? Well, doesn't it suck to be you? Every little step you made turned out exactly as planned. Now, us, we're an elite unit. The all-stars of Keves. You lot have been doing as you pleased for long enough. Right here, right now, we're gonna correct that little mistake. Garble! Oh! So you've actually heard of me? Guess I gotta give myself more credit than I thought. Layla and who? Sparks. They look like they're in their early terms. That means... They got reborn. That adds up. This lot, soon after they moved to Colony 8, I hear they croaked. Don't dare look down on us, second termers. We were chosen. We are the elite. Now, I don't know if you're lost numbers or what. But you're in our way. And for that, your heads are gonna roll. I need you, Mia! What's happening? Get out! Schön, dass das nix dran ändert, ne? Die können wiedergeboten werden, Arschlöcher bleiben, Arschlöcher. Aber das war ne fiese Falle. Aber dass so, äh, gerade so einer, äh, instant verreckt ist. Also, äh, äh, die Großmeister sind normalerweise immer die Ersten, die sterben, also... Das verwundert einen echt nicht. Nur nur er. Ja. I hope it is! Sir. Just finish him off already. I need that sweet, sweet life. Finish him off. Hurry, run him through. Go on. Kill him dead. That'll give me a good top up. Nice and easy. Gotta love this new flame clock the console was kind enough to give us. It's a belter! Oh. It's a different color. Yeah. That is no ordinary flame clock. Back in my old colony, if some moron slowed you down, there was nothing you could do. Oh, you could kill him, sure. But you wouldn't get any life from it. But around here, that's all changed. Here, life is the privilege of the strong. The final survivor gets to take the whole snuffin' cake. Garthal. You get it now, do you? The weaklings need to be taken out of the running. So give me some of that sweet life. I... 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 You... Mudder! You can call yourself belief all you want. But do moderate your expectations. You're the same as ever, Garth. Only ever thinking of yourself. How you don't win against us like that? What? The snuff is this? No one told us about these monsters. You are not to hesitate. Me! 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 What? Are you... Frau Konsul! Ich sollte es wissen. Ich glaube, du kannst einen Pharaonis ohne einen Konsul sein, ey? Meine Ouroboros ist gut. Ich kann nicht glauben, meine Glück. Ich glaube, ich sollte es besser vorbereiten. Eine Frau? Du magst meine Kinder? Sie sind eine Speziale Anticities. Eine, die ich aufzüglichen und aufzüglichen mit Liebe selbst habe. Es hat sich zurückgekehrt, um sie so zu trainieren. Sie werden viel, viel mehr Leben für mich, bevor sie fertig sind. Ich liebte Investoren zu verabschieden. Also, du siehst... Ich werde dir die Bratschen selbst aus, um mich zu schützen. Die Zagav wird immer unsympathischer und unsympathischer mit jeder Sekunde. Die machen wir so fertig. Ja, komm doch! Die machen wir fertig. Mit dem Unteren warte ich gerade noch, bis die Ombach weg ist. Nein! Zack! Die Leide fühlt sich... Aber hier war tatsächlich nur eine weitere Kolonie, ne? Nur... Verkorkst als jeder andere. Also diese Kolonie sollte eventuell wirklich zerstört werden. Zumindest die Art und Weise, wie die hier arbeiten. So, alle sind verfügbar. Jetzt können wir endlich mal Gondor in der Angriffskette erleben. Obwohl, wir können das Kommando nicht sehen, weil ich... Ouroboros ja habe. Aber wir können zumindest sehen, was sie für Fähigkeiten hat. Garantierbar außer eigene Reaktivierung zusätzlich, äh... Zu der üblichen Anzahlenreaktivierung. Also, die wird safe reaktiviert. Die kann man ruhig immer nutzen. Die kann außer eben Ohnmacht... Hat einen Flächenangriff, was schon mal gut ist. Und kann einen zurückwerfen. Ne, ich hätte das Ouroboros-Kommando nicht machen sollen. Na gut, schauen wir uns wenigstens noch eine weitere Fähigkeit von Gondor an. Ist auf jeden Fall nett, einen Charakter zu haben, der safe reaktiviert wird. Ohne, dass es die anderen Reaktivierungen behindert. Ich will den Kometenhieb sehen. Schlag nach unten. Ja, viel hält die nicht mehr aus, ne? Oh, sogar explodieren haben wir sie lassen. Ich glaube, ich gehe schon mal aus dem Bild wieder. Wenn sie nicht mehr aus dem Bild wieder raus. Ich glaube, wir können uns nicht mehr aus dem Bild wieder raus gehen. Du bist nicht gerade durch die Weg. Ein Füsion eines uns. Wann wo du es nicht mehr aus dem Bild? Oh! 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 Ah! Was ist das? Niemand hat mir gesagt, dass die Autobotis-Kommarbe so sehr schrecklich sind. Warum? Warum hat niemand gesagt? Lieber, oh, Lieber. Es scheint, dass dein Gehirn übernommen hat. NOAH! Cut die Flamme-Clock! Wir müssen den Garth und die anderen verlassen! Das ist einfach nicht so weit! Was hat gerade passiert? Die Konsol, sie... Sie hat gerade verliebt. Frau Konsol? Frau Konsol? Was... Was soll ich... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Flamme ist weg! 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 Huh? Ah, yeah. Nah. Been through worse. Man, you guys. Stunning. You're so far beyond us. Ah, it's not a big deal. If you were one of us, you'd do just as well. Think they'll be okay, those guys. What's eating you, Lance? Well, I just worry we cut them loose a bit soon. Tell me! What are we gonna do now? How would I know? Huh? You stop stealing lives. You guard them. It's simple. But the how is up to you. Got it? Spark? You can't do this to us. Colony 4. Know it? Yeah. I've heard about it. On your map, middle of the Faunus region. The lieutenant there, Boliaris. You can tell him we sent you. Try him. Helps to have a mentor, starting out. You gave them the info. Now they've got a choice. Some might take it hard, though. Besides, when we cut through the flame clock, it was to protect the city detachment, too. There was little else we could do. If we'd meddled even more, it might have come right back round to bite us in the bum. We did the right thing by telling them about Colony 4. I think that was the best course of action. Everything they believed came crashing down just like that. They'll be confused for a while, sure. But they'll figure it out. Just the same as you lot did. We might have gotten off lightly. If we hadn't met like we did in that Boli, we'd be just as confused as those guys. Guys, luck was on our side. Speaking of, back then, wasn't it Lance who was the most reluctant of us? Nah, nah, nah. Our big man was just a bit shy to introduce himself in front of new people. Right? Ah, shut up. Oh, yeah, he was. I did kind of get the impression that he was embarrassed to speak up. Right? Eh? Oh, he's just a big teddy bear, really. Here, Lance. Same dish as mine. Double Ardenmeat, dealer. Ah, thanks a bunch. Ah, let's see. No tall spice here, but double veggies. Arden's sausage, huh? That sounds good. But then, there's the tall spice sauce as well. Mmm, fluff cream and skeeter syrup dressing. What delights. Oh, there's even chocolate sauce. How can I possibly choose? It's still hard to believe, huh? Eating what we want. Huh? But is it enough? I want more. Dude, that's already pretty hefty. You really gonna eat another? Oh, hey. Whoa. He's pretty dease. Well, have I got it backwards? Maybe it has to start with me. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. zeigt wird aber das ist diese eine mit dieser künstlerpause ich kann ja mal eben kurze reise zu kolonie 4 machen am ende des tages würde ich ja so oder so zur kolonie 4 reißen aber jetzt interessiert mich gar will und hope hießen die ja die der dritte hießen habe ich mir nicht gemerkt vielleicht sehen wir die tatsächlich irgendwo rumstehen hier tatsächlich hier hinten stehen die drei leila hieß die dritte gleich hätte ich noch mit hope vorher reden sollen jetzt sind die bei kolonie 9 wo wir eh schon hier sind können wir auch eben kurz gucken ob hier vielleicht informationen oder so weiter verfügbar sind ja guck mal da vorne sehe ich dort dieses dicke fette i und hier geht es besser das klingt jetzt nicht nach einer nebenquest ich könnte auch gucken ob ich für die eine die da oben steht mittlerweile material habe und dass die aussage von ihm ist irgendwen auf dem schluss getreten beziehungsweise dass ich mit irgendwen verschärzt hat irgendwie verwundert mich diese aussage überhaupt nicht bedenkt wie auf gut deutsch gesagt arschig erbitten sich benimmt er benimmt sicher wirklich wieder das hinterletzte da verbundert mich das überhaupt nicht dass sie ihn sofort rauskicken habe ich für dich ein zufälliges material ich habe einige robos auf jeden fall verprügelt noch nicht genügend muss noch mehr robos verkloppen na gut hier bei kolonie 4 gibt es definitiv nichts zu tun wir können noch bei kolonie 30 müssen wir noch gucken hier sind ja drei in dem gebiet kommen da hinten ist was mit der schreibblockade will ich aber erst mal den weg zu finden ja gut in der hinsicht können wir aber beim nächsten mal rumschauen wir wissen dass wir bei der kolonie nicht wirklich was zu tun haben die eine das eine gespräch das können wir beim nächsten mal abhören ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen wenn ja kennt ihr den dritten abo und ein like da lassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao leute bis dann